Jo, morgen Leute, wir spielen heute ein neues Spiel von Desura, genauer gesagt von Kavik for the Minild 43 Contest Also Kavik, lieber Kavik, ich spiele heute ein Spiel von dir Es heißt Walk Wie der Name sagt, heißt es Walk, Laufen Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man hier nur Laufen tut Also, ein schönes Design, also ich mag dieses dünne Schreiben Also, das ist ja schon mal schön gemacht, ne Optionen gibt es keine, Controls gibt es auch keine Wir gehen einfach mal auf Play Es wird hell Okay Schöne Musik im Hintergrund, oder was heißt schön Oh, ich kann mich jetzt bewegen Schon Kommt also keine Vorschau oder sowas Also, Beruhigungsmucke im Hintergrund Und wir sehen hier Das Gras Das Gras Wir sind aber eine sehr kleine Person Anscheinend, wenn wir ja schon so ins Gras tief reingucken können Hier ist mal ein Baum, aber sonst Ist ja alles Grasisch Und entweder bewegt sich das ganze Berghügel oder was auch immer das ist hier Und das Gras Oder nur das Gras Oder beides Springen kann ich auch noch Okay Gibt es jetzt hier irgendwas, was ich machen kann Gibt es jetzt hier irgendwelche Tasten dringend, dass irgendwas passiert Oder mit der Maus kann ich ja auch nichts machen Weißt du, ich gehe gerade alle Tasten durch und irgendwie passiert nichts Gut Oder halt auch nicht gut Aber, ja So ist halt dieses Spiel Anscheinend läuft man hier wirklich nur Ich habe mir nichts bei Intel gedacht Ich habe wirklich auch nicht gedacht, dass jemand ein Spiel machen wird Wo man wirklich nur läuft Oder laufen kann Man kann ja auch springen Aber halt alles nur mit Füßen Man sieht halt nichts Man sieht seine Figur nicht Was anderes sieht man auch nicht Hier sind wir jetzt auf einem sehr großen Werk oben Äh, ja In der Ferne sieht man Andere Berge Aber man ist hier in einer Berglandschaft Ich gehe jetzt mal runter ins Tal Man kann auch irgendwie springen Weitspringen, fallen Weitspringen, fallen Ist eigentlich ein komischer Baum Der auch überhaupt nicht in die Landschaft passt Vielleicht, weil es auch für der Grafik nicht so schön ist Aber Jetzt laufe ich hier mal am Tal lang Also viel passiert hier wirklich nicht aus Dass die so schön hoogie-boogie Hin und her schwimmen Äh, glibbern Wie auch immer, was das hier sein soll Der Boden unter meinen Füßen Okay, es ist nur das Gras Also das Gras bewegt so eine Illusion, dass sich hier alles kreuz und quer bewegt Ja Die Grasfarbe ändert sich ab und zu mal anscheinend Aber mehr ist hier auch nicht Gut, für jemanden, der jetzt sagen würde Ich brauche ein Spiel, in dem ich laufen kann Und nur laufen mehr brauchen Ich brauche keine Waffen Ich brauche keine Challenges Kein Jump Run Action Der ist hier voll und ganz aufgehoben Also lieber Zuhörer, du da draußen Der du gerade dieses Let's Play siehst von Walk Ich sage dir Dieses Spiel umfasst wirklich so viele Optionen Dass man sie wirklich nur einmal aufzählen muss Man kann dann laufen Gut, springen ist inklusiv Das ist jetzt ja das Extra-Bolus-Paket Was man hier noch dazu bekommt Es gibt dann auch die Walk-Demo Wo man dann nur laufen kann Gut, das sind jetzt nur Ähm Vorschläge Aber ja Wie man auf die Idee kommen kann Ein Spiel zu machen Was, wo man nur laufen kann Anscheinend war da wenige Produzent Äh, Erfinder Von den heutigen Möglichkeiten So langweilig Dass er sagt Ich bin das langweiligste Spielherrower Oder für ihn in Anführungsstrichen Das spannendste Spiel jemals Gut Das soll es soweit von mir gewesen sein Mehr kann ich jetzt zu diesem Spiel Auch nicht so richtig sagen Es heißt halt Walk Und genau das kann es auch Soweit von mir Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal